Was zeichnet zukünftige Absolventinnen und Absolventen des Wasserstoffmasters aus? Studierende, die dieses Fach belegen, sollen Generalisten sein, in allen Anwendungen neuer und regenerativer Energieträger und damit die Welt von morgen mitgestalten können. Welche Projekte werden mit dem Wasserstoffmaster einhergehen? Studierende dieses Studienganges dürfen mit uns Projekte in der Energiewirtschaft, im Gebäudesektor, im Transportsektor gemeinsam wahrnehmen. Wir freuen uns, in der Industrie und mit den Studierenden tätig sein zu dürfen. Kannst du kurz etwas zu den Lehrinhalten des neuen Wasserstoffmasters sagen? Worum geht es da? Die Studierenden haben die große Chance, von den Grundlagen Thermodynamik, Elektrochemie bis in die Praxis aller Anwendungen mit uns vorzudringen und abschließend in diesem Studiengang auch dank Forschungsprojekte in der Industrie tätig sein zu dürfen. Wir freuen uns darauf. Was ist deine persönliche Vision bezüglich der Wasserstofftechnologien? Wohin geht deiner Meinung nach die Reise? Wasserstoff ist als einer der vielen neuen regenerativen Energieträger zu verstehen. Seine zentrale Rolle besteht darin, dass er sowohl direkt als auch indirekt in gebundener Form unsere Industrie, Gebäude und Transportsektoren bedienen hilft. Woher kommt der ganze Wasserstoff, den wir zukünftig benötigen? Haben wir dann überhaupt die Kapazitäten? Wie siehst du das? Maßgeblich Wasserstoff in der Form, in der Größenordnung, wie wir ihn benötigen, kommt aus internationalen Partnerstaaten. Ein Anteil wird aber auch bei uns produziert, basierend auf Windkraft und Photovoltaik. Unser Rheinraum in Göppingen wird ja aktuell umgebaut. Was soll da zukünftig stattfinden? Wir haben die Möglichkeit, am Standort Göppingen der Hochschule, insbesondere im Rheinraum, neue Membrantechnologien für die zukünftigen Brennstoffzellen und Elektrolyseanlagen zu entwickeln. Das wird für uns ein Novum sein. Am Standort Göppingen gibt es ja auch ein Photovoltaik-Labor. Was wird da im Rahmen des Wasserstoffmasters stattfinden? Das PV-Labor hilft uns besser zu verstehen, aus welchen regenerativen Energiequellen kann ich später wandeln, auch in die Fraktion des Wasserstoffs und mit welchen Wirkungsgraden wir heute und morgen zu rechnen haben. Hey, was ist denn das für ein interessantes Teil, das du uns hier mit ins Studio gebracht hast? Hier sehen wir einen Druckspeicherbehälter, den wir insbesondere bei mobilen Anwendungen nutzen. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er die hohen inneren Speicherdrücke sicher abfängt durch ein CFK-Material in der Außenhülle und zeitgleich im Innenbereich einen Zylinder aufweist, mit dem wir die Wasserstoffspeicherfähigkeit bei geringer Diffusion aufrechterhalten. Der Inliner, in dem Fall aus Stahl, unterstützt also genau diese Speicherfähigkeit. Was sind das für Metallplatten, die du hier neben dir liegen hast? Eine Brennstoffzelle oder ein Elektrolyseur versucht, an den Grenzen einer Elektrode entsprechend die Spannungslage und den Strom abzugreifen. Das ist die sogenannte Bipolarplatte, die ich in den Händen halte. Die Kanalstruktur erlaubt uns eine Zufuhr des Eduktes Wasserstoff und Luft. Und zeitgleich kann ich daraus eine Stromerzeugung durchführen und wiederum abgreifen an der Bipolarplatte. Damit hat es eine Doppelfunktion inne. Aus welchem Material ist denn so eine Platte? Eine Bipolarplatte kann wahlweise aus Graphit oder aus Edelstahl gefertigt sein. Aus Graphit hat sie den Vorteil, dass sie geringer verschleißt. Oh, was ist das hier? Hat das auch was mit Wasserstoff zu tun? Ja, in den Händen halte ich hier eine reversible Brennstoffzelle. Die vereinigt in sich die Fähigkeit, entweder aus Wasserstoff Wasser zu erzeugen und dabei Strom gleich mitzuliefern oder alternativ bei Zufuhr von Frischwasser umgekehrt Wasserstoff als Zwischenspeicher mit zu erzeugen. Damit kann dieses System in beide Richtungen arbeiten und erlaubt uns sowohl Energie zu speichern wie auch Strom als Energie zu erzeugen. Der neue Masterstudiengang Wasserstoffwirtschaft und Technologiemanagement startet im Sommersemester 2024 am Campus Göpping der Hochschule Esslingen. Er richtet sich an junge Menschen, die sich für Themen im Bereich der erneuerbaren Energieträger mit Fokus auf eine Wasserstoffwirtschaft und wasserstoffbasierter Technologien interessieren. Der Studiengang dauert drei Semester und schließt mit einem Master of Engineering ab.